Die Nummer 14, Sponsor MAS Jens Baum, gleicher Name. Die 14, Andreas Helbig, Heizungssanitär Helbig. Mit der Nummer 11, Thorsten Hoffmann. Hier auch Hoffmann, der Sponsor. Der ist zurückgeschrieben. Die sieben. So, das riecht noch ein 2-0. Guck mal, 50 gegen 15. Ich wusste gar nicht, dass Dauer jetzt im Pack gespielt. Oh, die wird bisher nicht noch geschickt. Die neuen. Oh, Jacke! Oh! Wow! Unsere Nummer 1, Frank Jakubitz! Ja! 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 Ja, sonst haben sie euch wieder bei uns. Haha! Der hat ja keine Firma. Da ist ja nicht im Rollen mehr. Oh, hier guck mal rein. Häng ich schnell hin. Oh, ey! Hahaha! Hier, jetzt wird er ausgelacht. Ehrlich, so muss es sein. Oh, ey Präsident! Oh, eine Körper-Täuschung! Der kann ja nur schweren, wenn man so viel wird. Boah! Oh, das ist es! Oh! Boah! Das hat ja immer der Opa gemacht. Jetzt kommt's! Hier gucke! Oh! 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 Die sohn von den Team Bucks, da hat der Oma Mist gebaut. Unsere Nummer 1, Frank Jakubitz. Wissste, jetzt kann unser Dings nie mehr ... Guck mal, unser Dings-Humpel-Gluck hier! Ha! Naja, locken-Humpel! Nach 8, 4, locken ich nicht mehr! Ja, ich doch auch! Ja, danke, nein! Und die andere Frau, wie es du mag, am Ende, und die hat so... Boah! Nee, weil die war da bei meiner Familie... Nicht quatschen, auf die Nummer gucken, wenn Marc aber nicht unseren... seinen Bauch zeigt, den kleinen Bauch. Oh mein Gott. Ich kann ohne Bauchdruck machen. Marc, Marc, du bist der beste Kunde, den ich jetzt kenne. Fenix ist echt, der kriegt sich nicht mehr. Ja, warte mal, du hast mindestens so viel Brust, Marc. Sehr gut, Arsch. Oh, da hält er noch mal hin, doch. Jetzt kapp er in das, lass dir den Kerl. Vorhin, wo ich Bier holen war, hab ich oft die Dings gegeben. Was für... Ach, halt sein. Wieso ist es jetzt? Die wollte da in den Strahl machen, oder? Da hat den bestimmten Crew gekauft. Links! Oh! Links, Schäte! Jetzt durch! Oh! Hier ist jetzt die Zweierin, mit meiner Nummer. Oh, der kommt! Ach du Scheiße! Geschoben, genau! Nein, nein, zählt nicht. Geschoben. Am Bierstand kam halt hier ein Müller-Max. Sauber! Jetzt Rückraum! Oh! Unser Nummer eins, Frank Jakubitz. Hast du gesehen, wie der Hund rausgeschluckt hat? Der Hund. Ich hab ihn früher durch die Beine beim Gehauen. Die Hände weggenommen. So wie wir. Aber das hasse ich. Und? Heu! 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 Kannst ruhig zuhören, Herr Verdichter! Ah, weiß ich mal! Ouais, ey,ensored! Z. Machen löst ein! Geh! Oh! Was gibt's da rein? Die schwimmen, Junge, die schwimmen. Jacke, du bist gut. Das ist alles für den Typ, dann musst du halt verhandeln. Weiß ich ja nicht, sonst hätte ich ja schon mal ein Kommando gegeben. Ah, bloß gut, ich habe gekauft. Die alte Straße da... Ich muss dann überlegen, was sie anlagen. Ja! Das ist es! Oh, das gibt's doch nie! Flach, Kleine! Das ist dann immer noch, oder? Ja, das ist toll! Das ist die Zeit! Zu Freude. Ich bin nicht in derunde der, die, die jetzt schon mal. Es ist doch... Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020